Herzlich Willkommen bei Produkt im Bild. Mein Name ist Klaus Paukowicz. Ich bin Chefredakteur von Outlook, des Fachmagazins für Automatisierungstechnik hier bei WK Industrie Medien und mein Gast heute im Studio ist Alexander Hammernick. Grüß Gott Herr Hammernick. Guten Tag. Herr Hammernick ist Produktmanager beim Messtechnik-Spezialisten Endres und Hauser und ich möchte mich heute mit ihm über das Wetter unterhalten. Herr Hammernick, wir wollen natürlich nicht über das Wetter, wie sich heute draußen vor dem Studio darstellt, reden, sondern über Starkwetterereignisse. Starkwetterereignisse als eine der spürbarsten Folgen des Klimawandels. Warum reden wir darüber? Warum setzt sich Endres und Hauser damit auseinander? Ja genau, also wir haben in der sehr nahen Vergangenheit, also in den letzten zehn Jahren, doch gesehen, dass Starkwetter und vor allem Starkregenereignisse deutlich zunehmen in zwei Komponenten. Nämlich das eine ist einmal Interfrequenz, das heißt sie kommen häufiger vor und das andere ist, wenn man sich gerade auch hier die Zahlen aus Oberösterreich anschaut, auch deutlich in der Versicherungssumme, also in den Schäden, die diese Hochwasser- und Starkregenereignisse eben erzeugen. Da gibt es ja das Schlagwort vom Jahrhunderthochwasser, das wie der Name schon sagt, einmal alle 100 Jahre hätte stattfinden sollen und das jetzt mittlerweile in Österreich alle zehn Jahre so ungefähr eintritt, wenn nicht sogar mittlerweile öfter. Genau, richtig, ja. Die Prognosen dazu sind nicht sehr vielversprechend, also es gibt klare Daten von der Zentralen Stadt für Meteorologie, dass die im 25-Jahreschnitt um 15 Prozent und sogar mehr zugenommen haben. Die Prognosen für die Zukunft sind glaube ich auch klar, es wird weiter zunehmen. Warum ist das so? Können Sie als Messtechnik-Spezialist das erklären? Ja, also das ist sehr einfach zu erklären in einem Sinn. Wir haben es hier natürlich mit der Komponente der Klimaerwärmung zu tun, das heißt das Klima wird wärmer, das zeigen auch die ganzen Zahlen in dem Sinn sehr deutlich und dadurch passieren zwei Komponenten. Zum einen entsteht mehr Verdampfung und mehr Verdampfung heißt zurück ganz einfach mehr Wasser in der Atmosphäre, die abregnen kann und umso wärmer das Klima wird, umso mehr Wasser kann auch die Luft aufnehmen in dem Sinn. Das ist ja nicht nur ein globales Thema, sondern das ist auch ein sehr starkes lokales und regionales Thema, weil Starkregenereignisse sind ja immer sehr, sehr stark auf eine Region fokussiert. Was hat Enris und Hauser jetzt zu diesem Thema vorbereitet? Also wir haben ein System entwickelt, was gerade für Starkregenereignisse und vor allem für das Hochwassermonitoring geschaffen ist und da wirklich auch eine Komponente ins Spiel zu bringen, um Zeit zu gewinnen, ganz einfach. Sprich ein Hochwasser-Frühwarnsystem. Ein Hochwasser-Frühwarnsystem, das auf messtechnischen Parametern natürlich jetzt einmal beruht. Wie ist das aufgebaut, was beinhaltet das? Genau, also dazu gibt es eben drei Messgeräte, die wir zum einen einmal zum Einsatz bringen. Zwei davon haben wir hier. Zwei haben wir hier, genau, auch richtig. Das ist einmal ein klassischer mobiler Radosensor, der batteriebetrieben und in sich so von der Datenübertragung auch autark ist. Der misst den Pegel von verschiedenen Oberflächengewässern. Das können jetzt Sehen sein, das können jetzt Flüsse, aber auch kleinere Bachläufe sein. Dann schauen wir uns noch die Bodenfeuchte an. Das heißt, wir schauen, wie gesättigt ist auch wirklich der Boden und wie viel Wasser kann er gegebenen Fall aufnehmen. Gerade wenn man da in den bewaldeten Bereich geht, ist das ein interessanter Faktor, der grundsätzlich auch sehr viel Wasser aufnehmen kann. Aber unter bestimmten Bedingungen muss man das eben auch mit beachten. Und dann haben wir eben noch, dadurch, dass wir das wirklich auch regional aufbauen und da auch kleinere Einzugsgebiete damit eben versorgen können, Regensensoren, um eben da noch genauer sein zu können, als dass die Satelliten Radarbilder eben sind. Das zeigt genau, wo der Regen dann tatsächlich im Moment gerade herunterkommt. Jetzt kennen wir alle Österreich. Das ist ein alpines Land mit einer sehr typischen Topografie in sehr vielen Gebieten. Man hat einen Tal, da ist eine Gemeinde, ein Ort, eine kleine Stadt. Da kommt ein Bach oder ein kleiner Fluss vom Berg herunter. Der Raum ist begrenzt. Wo werden diese Sensoren dann eingesetzt? Genau. Also tatsächlich sind eben auch diese kleinen Flussläufe das größere Risiko in dem Sinn, weil wenn wir uns größere Flüsse bzw. Oberflächengewässer wie beispielsweise die Donau in Österreich anschauen, dann sind die sehr gut von den Pegeln überwacht und auch reguliert. Aber gerade die kleinen Flussbäte sind eben der blinde Fleck, sage ich jetzt einmal, in diesen ganzen Regionen, wo eben wenig Daten zur Verfügung stehen. Und genau dort kommen die Sensoren dann eben auch zum Einsatz. Das heißt, die werden sehr regional gemessen. Im Einzugsgebiet einer Gemeinde zum Beispiel werden jetzt diese drei verschiedenen Datentypen erhoben. Und wo laufen die dann zusammen? Wie werden die verarbeitet? Genau. Also die Sensoren sind alle in sich kommunikationstechnisch autark und senden ihre Daten an eine Cloud, an unsere Netillion Cloud. Und dort werden sie dann zu unserem Systempartner gesendet, der die hydrologischen Modelle ausarbeitet. Und dort werden dann eben auch die die Frühwarnungen erhoben und errechnet und dem Benutzer dann zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie haben die Messtechnikkompetenz eingebracht. Sie haben einen Partner, der die hydrologische Kompetenz einbringt. Jetzt ist Wetter etwas Dynamisches. Wie passt sich dieses System dann an veränderte Wetterlagen und an veränderte Bedingungen an? Genau. Also die Firma Okeanos, die da mit uns in einer Partnerschaft ist, errechnet zum einen einmal die hydrologischen Modelle. Das heißt, die macht auch die Standort- bzw. die Einzugsgebietbegehung und modelliert dann eben die Mathematik dahinter. Und dann ist eben auch noch ein selbstlerntender Algorithmus dahinter, der sich selbst eben immer optimiert und der diese Daten eben so verrechnet, dass die auch dem Klimawandel eben standhalten. Zum einen auch den Trockenperioden und zum anderen eben auch, wenn sich Niederschläge häufen oder sich da etwas verändern. Es ist ja auch ein interessantes Phänomen in dem Zusammenhang, dass je länger die Trockenperioden sind, dass trockener Boden ja weniger Wasser aufnehmen und halten kann als ein Boden mit einer gewissen Grundfeuchte. Aber wenn wir das jetzt alles zusammenführen, wenn das jetzt jemand nutzt, was gewinnt der dadurch? Definitiv Zeit. Also unser Anspruch ist, den Blaulichtorganisationen und den Einsatzkräften auch wirklich Zeit zu verschaffen, um Gegenmaßnahmen zu setzen. Sei das jetzt Sandsäcke aufbauen oder andere bauliche Maßnahmen, temporär bauliche Maßnahmen vorzunehmen, um das Ereignis eben abzuwenden. Da geht es einfach um Schutz von Leib und Leben letztendlich, nicht nur materielle Güter. Evakuieren, sperren, wenn man weiß, dort wird das Hochwasser dann eintreffen. Genau, richtig. Jetzt, wenn man durch eine österreichische Gemeinde fährt, da hat man natürlich den Ort, aber dann hat man sehr oft in den engen Tälern auch große Unternehmen, die dort die Bodenschätze nutzen, die dort die Wasserkraft nutzen, die sich dort etabliert haben. Wäre das für ein Unternehmen auch ein interessantes System? Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Größe ab und von der Gefährdungslage, aber eigentlich schon. Also gerade wenn man sich da typische Industrieregionen in Österreich anschaut, die in Gefährdungslagen liegen, dann haben die doch auch oft die Situation, dass sie schon in die Tiefe bauen, weil sie links und rechts eben nicht mehr auskommen. Und da kann es eben auch für Firmen interessant sein, die Betriebsfeuerwehr mit so einem System auszustatten, um da vielleicht auch noch wertvolle Minuten rauszuholen, um Maßnahmen zu treffen. Jetzt die entscheidende Frage, wie gesagt, Sie sind jetzt Spezialist für Messtechnik, das ist ein völlig neues System. Ist das auch schon wohl im Einsatz? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Genau, ja, also momentan haben wir Pilotprojekte in Deutschland und in Österreich. Das heißt, das System ist schon im Einsatz, das wird schon erprobt, das ist schon auf Starkregenereignisse vorbereitet? Definitiv. Ja, herzlichen Dank, Herr Hammernick. Wir kennen aus der Industrie das System Predictive Maintenance, das heißt vorausschauende Wartung. Wir wissen, dass eine Maschine irgendwann ausfallen wird, wir würden es gern verhindern, können es aber nicht, weil irgendwann ist jedes Ereignis dann einmal, tritt dann irgendwann einmal ein. Aber je mehr Daten wir im Vorfeld sammeln und je besser wir die abgleichen, wissen wir, wann wird die Maschine ausfallen und können frühzeitig Maßnahmen einleiten, damit wenigstens nicht das ganze System steht und der Schaden entsprechend größer wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein ähnliches System. Predictive Maintenance für den Klimawandel oder für die Klimawandelanpassung in diesem Fall. Ganz was Spannendes, das wir heute bei Produkt im Bild gehabt haben, glaube ich. Wir könnten noch viel darüber reden, aber wir wollen es jetzt einmal dabei belassen. Die Interessenten können sich jederzeit an Endres und Hauser bzw. an Sie persönlich wenden. So viel für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Produkt im Bild. Bis zum nächsten Mal beiché. Tschüssi. Tschüssi. Musik 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 сожалению Vielen Dank.